so und weiter geht's Jensen mein Sträflingskumpel ich mache ein kleines Experiment mit dir auf einer Skala von uns wird ich will sterben wo liegt das hier? oh no ich bin da schon da ich bin da schon da das ist Ich meine nicht! Achua! Alter, wie lange denn noch? Nein! Nein! Ich habe es nicht gesehen! Jetzt sind die bestimmt nicht mehr da, oder? Aber doch. Ich habe es nicht gesehen! 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 Oh, da ist er schon. Oh, nee, ich muss da hoch. Vielleicht, erst mal flindern. Alter. Hey, Siehling. Oh. 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 Ich bin ich büten! Ich bin wunderbar! Wo ist der? Was ist hier da? Was ist hier? Demnächst lade ich mal einen aus meinem Gefolge auf. Vielleicht klappt es mit willigen Subjekten besser. Wir brauchen nur noch einen Namen für meine Crew. Troy Boys? Ne, blöd. Super geladene, glühende, mega badasses. Bisschen zu Rang. Gesalbte? Bingo! Gottkönig Troys Gesalbte, das ist es! Sein Name war Beckett. Schurke, Bankräuber, Freund. Bleibt nur noch den, ich befürchte Schlimmes. Die können sich nur wirklich schützen! Zeitverschwendung! Ich stehe sie! Sieh! Der war cool! Eindringling! Oh! Auch cool! Sie werden sterben! Okay, da hinten ist der, oder? Läsongwein! Huch! Ich brauche mehr Würste! Für meine dummen Salzer! Tataa! Oh Gott! Jaiaiaiaiai! Jaiaiaiaiai! Easy. Mit der Waffe. die macht so viel schaden die macht so viel schaden und das geht was mich gehen dann hätten wir noch hier die sachen auf jetzt gehen wir weiter wer will gegen ihn kämpfen, du, du und du. Was ist das für ein Ding? Das ist diens Stimme. Finde zumindest seine Überreste Kammerjäger. Das schulde ich ihm. Ich komme mir schon. Den Oberen muss ich immer nehmen. Weiter noch. Die haben immer Geld. 100 Stück ohne Grund. Nehmen wir doch Safe mit, oder? 100, noch mal 100. Ja, so. Jetzt gehen wir weiter. Keine Ahnung, ob du kühn oder dämlich bist, Hexe. Ding, das ist die Todesruhe! Mein Leben ist nichts! Ausgast, mach dich an dir auf! Zurück! Halt! Da! Haltet ihn! Hätt' mein Brüssel. In dein Ufer. Lachen und mit dem Siegel! Haaaah! Nicht heute! nehm ich hab auch viel zu verraten das ist ein guter gut das ist das ist das ist das ist Die Motto-Bug und von Nahkampus ist nicht krass. Darüber muss ich. Vor allem die kostet halt zu wenig Muni. Okay, das machen wir alles dann auch. Hier ist ja der Ende. Hilfe! Dean, er lebt! Du musst ihn befreien, Kammerjäger! Das sind unsere Sittlieder. Wer bist du? Beruhige dich. Dean, ja? Hammerlock schickt mich. Hammerlock? Ja, ich kannte... Ich kannte einen Hammerlock. Lustige Ausdrucksweise. Ja, er hat dich geschickt, um mich zu retten? Gut! Oh nein! Er ist zurück! Er ist zurück! Töte ihn! Alter! Alter! Ich muss erst die killen. Wo hast du das Ding nicht rumgebracht? Bam! Wow, nichts. Nur Müll, was ich nicht brauche. Ich habe mir schon gedacht, dass da noch was ist, aber so eine Kiste wäre schon geil gewesen. Danke. Die anderen sind alle tot. Ich hatte einfach Glück. Ich habe schon die Hoffnung verloren. Ich dachte, ich wäre... Ich... Du weißt schon. Die Waffe hier ist für dich. Wenn du jemals diesen Troy siehst, schieß ihm das Gehirn raus, ja? Zum Glück hat wenigstens Dean überlebt. Jetzt können wir unsere Häkel- und Waffenbastelstunden fortsetzen. Seltsamerweise sehr ähnliche Fähigkeiten. Okay. Erstmal Skillpunkte. Ich mache jetzt einfach mal den da. Ich probiere das mal einfach. Der im Vergleich zu meinen. Der ist ein Madiger. Was mit diesem... Ähm... Meiner ist bisschen besser. Ne, da. Hm. Ne, mein, das viel besser. Okay. Dann können wir ja von hier wieder verschwinden. Hm. Geh mal in Sanctuary wieder. Erstmal. Nein. Ich bin auf die falsche Seite gegangen. Ich bin auf die falsche Seite gegangen. Falsche Seite. Da, 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 da. Das muss ich bin. No, man hat sogar etwas. Erstmal. Ich habe drauf, wenn es keiner eingesetzt. Ich werde es mal abchecken. Das ist cool, nimm mich mal. Vielleicht kann ich alles wissen. nicht jetzt kann ich hier auch was abstellen wahrscheinlich kann ich dann schon wahrscheinlich kann ich dann das auch schon hier nehmen Prozent Prozent und ist cool den die sich hier ab man ablegen die das muss hinaus aber diese scheiße ich bin ein so 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 jetzt Körnerjäger müssen viel tragen mit einem SDU wird es noch mehr mhm jetzt fühle ich mich auch nicht besser 14k SDU steht für super duper umwerfend du brauchst es einfach ja ich da ähm, hm, ich brauche keine Sorge, ja, ich bänd den Part. Gute Arbeit Kammerjäger, den Banditen hast du's gehörig gezeigt. Ja, erzähl's deinen Freunden. Während du Reliance aus dem Griff dieser KDK Teufel befreit hast, habe ich dieses Abspielgerät wieder flott gemacht. Finden wir heraus, wo der Kammerschlüssel versteckt ist. Wie wär's Kammerjäger? Nimm die Platte. Der Gedanke, dass das vielleicht die letzten Worte von Montgomery Jacobs war. Ich bin besoffen. Oh je. Ich bin besoffen und hab Schiss, Junge. Die Fanatiker sind hinter den Kammern her. Und somit hinter uns ist nur eine Frage der Zeit. Also, hör zu. Die große Reserve, der ölige Friedhof und das Familienjuwel, da findest du den Schlüssel. Junge, der Jacobs Familienbaum hat Jahrhunderte überdauert. Lass ihn nicht sterben. Ah, ich vergesse niemals deine letzten Worte. Ja. Jetzt ist der Sturm. Oder? Oder? Dieses Scheiß-Sodbrennen bringt mich noch um. Okay, das reicht. Das Familienjuwel ist das Schiff meines Vaters. Es ist im Dschungel abgestürzt, nicht lang nach seinem Tod. Such das Juwel, Kammerjäger. Wenn die kryptische Nachricht meines Vaters stimmt, ist ein Schlüsselfragment an Bord. Alistair und ich gehen inzwischen den anderen beiden Hinweisen nach. Ah, ein Treck, der tief in wildes Land führt. Oh, daher muss ich. Ich hab auch kein Fahrzeug. Oh Gott. Ich kann auch von hier. Ja, ich geh von hier. Ich bin neidisch, Kammerjäger. Dann bin ich schneller, glaub ich. Aufgepasst, Schleimscheißer. Gefällt euch die Slum-Tour durchs Paradies? Sag einfach Bescheid, wenn die Kammer offen ist, ja? Es ist einfach toll, wenn das Abendessen schon auf einen wartet. Bis später, ihr Arschgeigen. Ach, lass gut sein, Troy. Ich hab doch schon direkt gedrückt. Meine Karten werden aus 100% recyceltem Stahl, Gummi und was auch immer die Gestracknet. Ach. So, äh, wo lange. So. So, ist das zu safe irgendwas. Das ist nicht. Hier ist RIP. Hm, das ist nicht. Ja. Wunderbar! und da gehe ich jetzt hoch ich komme ja da nie hoch so komm ich überhaupt so andersrum drauf bestimmt, oder? ich muss da mit diesem ding fahren deswegen geht's gott's enter ja Ja! Easy, Vernix. Obwohl, wenn ich irgendwie so... So vielleicht... Ne, ich bin zu tief. Man müsste da hoch. Aber wie soll ich da hoch so leicht? Das geht nicht. Ne, komm, ich will jetzt keine Zeit verschwinden. Nein! Das ist ein Idiot. Was ist das? Das ist ein Idiot. So. 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 . So. . . So. . So. . So. 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 Oh Mann, endlich draußen. Mann, war das schlimm da drin. Ein Gestank. Hier drüben, in diesem Rolledick. Hey, was? Oh, du bist ja vielleicht zuckersüß. Hey, ich will nicht drüber reden. Wieso suchst du überhaupt das Familienjuwel? Wainwright Jacobs sagte, auf dem Schiff ist ein Fragment des Kammerschlüssels. Oh, du gehörst zu Wainwright, okay. Ja, dann zeige ich dir, wo das Juwel ist. Ganz in der Nähe in einer Schlucht. Ich kann dich reinbringen. Was ist das? Keine Ahnung. Hä, muss ich überhaupt hier lang? Ne, hier ist irgendwas. Oh, Iridium. Knacken wir die Kristalle. Kristalline Struktur. Kann man nicht zerschlagen. Alter. So. Dann komme ich jetzt da hoch. Der Kral hat so viel getanzt. Eine Fugi-Fugi-TT6-Karte? Ich musste meine Tanzmoves alle selber erfinden. Das macht sie so besonders. Ich bin ein Wettbereiter. 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 Vielen Dank.